Also, ähm, die Headshots fühlen sich wirklich gut an. Willkommen zurück hier zu Veteran. Heute wird das erste Spiel reingepresst. Es gibt noch nichts im Verlauf und das werden wir jetzt ändern. Los geht's. Mal schauen, wie lange es dauert. Oh gut, okay, schon gefunden. Wow. Jetzt bin ich aber gespannt, Henning. Jetzt bin ich gespannt. Schnell, 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 weh nehm ich, weh nehm ich. Wen hab ich geübt? Den da, ne? So, ja. Müssen wir jetzt hier noch warten, oder was? Achso, die sind noch nicht fertig, die Dödel da drüben. Ach, Gottes Wille. Guckst du dir? Oh. Alter, kann sie nicht entscheiden. Nehme ich jetzt die letzte, die übrig ist? Jetzt hat es keinen Fall hat, Alter. Oh Gott, das ist so warm. Haltet Abstand. Ich bin brandheiß. Boah, ich dachte kurz, ist der ein Spieler, der das sagt, ne? Los, los, los. Anyway. Ich denke, ich... Ich stelle mich hier hin. Deckelgebiet auf. Keiner. Enemy gesichtet. Der hat einen Revolver. Oh. Alter. Das geht schnell. Leute, B. Hier, warum sagt denn keiner was? Oh, direkt der nächste. Und noch einer. Oh, 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 oh. Okay, Leute. Na, wenn du das sagst, Priscilla, hab ich hier immer so ein Schildi mit. Und dann natürlich auch so ein Elektro-Cock. Ich hab die Boogie dabei, ich hab die Classic dabei, ich hab den Half dabei. Sehr gut. I go in. What? Are you ready? Ich finde sie. Und dann beutel ich sie. Die sind hier. Die kommen hier. One down. Another one. Oh, oh, mate. Hilfe. Mate, siehst du mit, bitte. Danke, danke. 6 HP. Alles gut, alles gut. Spike platziert. Die Bombe wurde gelegt. Oh. Es geht keiner auf P. Guck mal, wie sie auf A suchen. Wo ist die Bombe hin? Schneller. Ich sag noch ins B und keiner hört. Es hieß ja, dass vor allem CSGO-Spieler sehr profitieren von diesem, ja, von dem Spiel. Man findet am schnellsten rein. Es wirkt gerade so, als hätte ich keine CSGO-Spieler am Start. Also dieses Grundverständnis mit Bombe muss defused werden, scheint zu fehlen. Aber klar, bei so einem brandneuen Game, wo jetzt viele Keys rausgingen, ist es sehr selbstverständlich, dass da halt nicht nur CSGO-Profis am Start sind. One in front of A, left side. Kann bitte mal jemand von euch auch was sagen? Könnt ihr jetzt natürlich? Oh nein, ist der eine in front of A? And another one. Der eine ist weggerannt gerade, ich hab's gesehen. Wow. Nein, nein, nein. Wow. He's down. Oh, auf Gottes Willen. Okay, okay, okay. Ja, zwei sind es noch, ne? Und ich habe 54 AP. Kann hier vielleicht mal ganz kurz jemand heilen? I'm coming. Oh shit. Passiert. Okay, okay, alles gut. Ich hole jetzt, glaube ich, nochmal die Bucky Bucky Kacki. Und dann müssen wir aber los, Leute. Mal richtig Gas geben, bitte. Auch mal hier mitspielen. Und vielleicht auch mal callen. Wäre schön. Wäre schön. One in front of A. Ist A left side. Aha. Mit der AK umgehust. One in front of A. Bitte hol die Runde. Komm schon. Aha. Auf ein neues. Aber diesmal bitte. 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 Hört doch auf mich. Reagiert wenigstens. Hat er sich jetzt gerade selbst geflasht? Ist das ein Flash? Oh. Drake. Das ist der echte Drake übrigens, ne? Ja. Der Musiker. Wie sie mal eine Runde mit Drakey Bucky zusammenspielen. Ich muss sagen, dadurch, dass die... Oh, das war's natürlich. Oh, Drake ist aber echt nicht schlecht. Naja, doch. Übrigens, willkommen an alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Und es freut mich, dass euch Valorant scheinbar so gut gefällt. Herrlich. Hier wird es alles Mögliche zu Valorant geben. Also Videos und Livestreams auf Twitch wiederum. Und dann bei twitch.tv slash der Dumbabla. Also der Kanal heißt genauso wie dieser YouTube-Kanal hier. Nur befindet er sich auf Twitch. Da werde ich später noch eine Runde rein streamen. Also gegen Abend, Nacht. Das wird eine coole Sache. One behind. Der ist zurück. Oh. Also, ähm, die Headshots fühlen sich wirklich gut an. Schlagt uns die Zähne ein. Und wir spucken euch unser Blut ins Gesicht. Ja. Die Sprüche, Alter. Spätestens werde ich mit euch gemeinsam spiele. Also mit Leuten, die mit mir auch reden. Und, und, und callen. Muss ich diese Voices ausstellen. Weil das nervt ja Ultra. Jemand sagt, äh, zwei kommen A. Und dann kommt, äh, Drakes Charakter. Der sagt, ich hab heute Musik gemacht. Drake? Ist das eine Flash? Da ist jemand nach hinten geportet. Hacking. Hieß Hacking. Hacking so beliebig. Hier musst du be Hacking. Denk dran. Nicht ins Feuer gehen. Vergesst das nicht, ja? Welcher Entwickler denkt sich sowas aus? So, hey, hey, hey. Ich hab richtig geile Sätze, die wir dir sagen lassen. Die Spieler werden sich kaputt lachen. Denk dran. Nicht ins Feuer gehen. Das ist ja auch bei Dingen so, bei Apex. Das raffe ich irgendwie nicht. Wie, wie kommt man denn auf so eine Idee? Oder ne? Oh, der Mate ist auch da unnackt. Klasse und der andere kommt nachladend rein und darauf feuert. Schade. Glücklich, fräcklich. Labadabadam. Heute ist wieder. Wow. Ein Gegner übrig. Ich bin der Jäger. Nein. Ich wollte vielleicht auf meine Eins wechseln. Ich wollte auch nur meine Waffe wieder haben, Alter. Warum schießt denn der doppelt und dreifach mit dem Kackding? Ich hätte den mit der AK so easy weggeklatscht, aber ich nehm meinen Kacken. Gut, so. Ja gut, das ist noch. Oh. Ah! Was hat sie gemacht? Nein! Kommt noch mit! Ich fände ich eben auch gesprungen. Der hat doch auch angesetzt. Hier. We go. Was ist C? Gut. Ach geil, wir haben die Bombe. Na gut, der wird am Spike sein. Ah ja. Geil. Mal wieder gewonnen. Klar, kennt man. Letzte Runde in dieser Hälfte. Gut. Gebst du aus? Ich hoffe, dass man diese Ansagen ausmachen kann. Sprachausgabe. Gameplay, Agenteninfo, taktische Beschreibung, Ansage. Das kannst du alles ausstalten. Sehr gut. Obwohl, das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie ich überhaupt irgendwas von den Kollegen mitbekomme. Wenn die mal was ansagen würden über diese Calls, die man hier in-game machen kann. Also dieses Ping-System oder so. Wahrscheinlich muss ich es dafür anlassen. Alter, das ist wieder so eine geile Maschine. Sweet. Ich gehe mit Mademoiselle hier Richtung Splitty, Biddy und ihr zwei, Drake und Josef, gehen da hinten lang. Okay, die Frau neben mir ist direkt... Ne, die geht auf B. Gut, dann gehe ich mit der auf B. Also obwohl die Maps und das Spiel so neu sind, wirken die Maps und diese Punkte, die man abhängt, doch irgendwie sehr aufgeräumt. Und die Triller. Tschüss. Nein. Patrizium und kippt mir einfach. Mate, cool bleiben, cool bleiben. Musch gar nicht. Sehe ich jetzt von ihm eigentlich das Fadenkreuz? Weil meins ist nicht so wie seins, ne? Oh, tatsächlich sieht man da deren Fadenkreuz so sweet. Oder ist es vielleicht so ein generelles Fadenkreuz, das man bei Leuten sieht, bei denen man eben zuschaut. Leute, ich habe 1000 Crads, keine Sorge. I'm rich. Die haben den Spike-Trigger jetzt gekillt. Das ist jetzt aber... Alter, die Autopumpe oder was? Was macht... Oh, thanks. Das war knapp. Hast du nicht... Bist du nicht die Heilfrau? Kannst du mich heilen? Kann die nicht heilen? Die Frau oder ist es die andere? Irgendeine Frau kann heilen. Ich heile dich. Oh, thanks. Sehr schön, sehr schön. Ich heile dich. Ich fass dich an. Oh, zwei. Ach, guck mal, auf Punkt kannst du hier sozial... Guck mal, ich mache jetzt mal sozial und dann auf loben. Ich habe ihn gelobt gerade, ne? Ja. Aber trotzdem verloren, das ist schade. Komm, ich mache es so und so und Belasse ist dabei. Weil diese Bulldog ist wie so eine kleine... Äußerlich bisschen wie die P90, aber dann vom Feuer her wie eine... Ja, wie früher, die Bulldog, 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 ihr wisst schon. Die Auge. I got you back. Oh, ich... Das ist close. Wow. Okay, behind us now. Was ist denn das hier? Eine Mine oder was? Au, 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 au. Es sind noch zwei. Oh, behind. Egal, wir haben gewonnen. Mit euch ist es dann so richtig geil. Wisst ihr, weil dann sagt derjenige, der stirbt an... Oh, da kommt einer von ihm. Und ich sage dann sowas wie... Was? Und dann redde ich den Tag. Fake-mäßig ist echt cool, dass man hier diesen Teleportgang hat. Ja doch, diesen Teleporter, weil du könntest dich wirklich vor A sammeln, Stress machen, den Teleporter nutzen, vor B auftauchen und dann boom. Und dann gibst du den einen ins Gesicht. Natürlich macht man sowas. Oh, shit. Are you people on the ground, ey? Meine Ult ist bereit. Turn B. Nice. Das heißt, die werden mich nicht erwarten. Das ist jetzt natürlich schlecht, na klar. Ja, warte mal kurz. Erst mal über die City-Spawn-Laufe, klar. Ein Gegner übrig. War der hier gestanden eben? Hab dich gesehen, du durch. Noch 10 Sekunden. Schockpfeil. Ja, warte gar nicht. Oh, nö. Ich hab da echt irgendwas gesehen. Schwung. Schwung. Leute, wir haben keinen Cash. Jetzt spart mal ein bisschen. Vor allem du, Priscilla. Die kauft wieder voll ein. Das gibt's doch gar nicht. Also du musst hier auch sehr viel schleichen. Du musst hier wirklich ordentlich schleichen. Also das Gauner-Game muss man auf jeden Fall upsteppen, damit man halt auch dementsprechend was schafft. Was ist denn das für ein Ball? Sie heilt sich selbst. Tja. Ich hol hier meine Döhnknödel, das hier und alle anderen Sachen. Und dann geht's mal los. So, ich hau da direkt so ein Pfeilchen rein. Ich weiß nicht, was das eben war. Ach dann, pass auf. Zweimal abstopfen. Los geht's. Dong, dong. Weiß man denn, wo die Feinde stehen? Oh, komm, ich hab dich doch gehittet, bitte. Ich kann dir diese Sch***s-Machwitter nicht mehr aus der Hand nehmen. So, saublöden Bogen. Ich hab sie doch einmal voll oder so mittelmäßig halb gehittet. Dann hämmer ich auf eins, dass ich meine AK bekomme, aber nö, nö. Ach so, ein bisschen nervt's schon. Auf, Koslowski, mitkommen. Peter, sieh mit. Hopp. Dicke Gebet auf. Weiß man nicht, was der Fall kann. Sind sie. Ah, ich kann die dann markieren damit. Okay. Hat der sich eben selbst umgebracht? Nein! Achtung! So. Also, ich sag's mal so. Für das erste Spiel war das ja schon mal ganz nett. Wenn die Kollegen jetzt noch gekauft hätten, dann wäre das so richtig gewesen. Wir gucken uns die ganze Sache mal an. Aha, aha. Okay, okay. Ja, ja. Komm, Level ab. Verdiente Belohnung. Ich hab ein Grafuttel bekommen. Ich hab das hier bekommen. Und das hier bekommen. Und dann geht's wieder von vorne los. Ich nehm. Welches Protokoll nehm ich? Das sieht viel besser aus. Der erste Schritt ist gemacht. Das erste Spiel ist gespielt. Da werdet ihr mich auch noch gleich dran setzen und das Ganze zusammenschnippeln. Und euch heute auch noch hochladen. Dann ist es für heute erstmal wieder gut, was Valorant und generelle Videos angeht. Und morgen geht's dann wieder weiter. Morgen kommt aber natürlich auch wieder der Livestream um 18 Uhr. Nicht vergessen. Und wahrscheinlich auch wieder das nächste CSGO-Video, ne? Haut rein! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020